und dann haben sie beim reinkommen so kleine karten bekommen die sind dafür da dass sie sich selbst nachher notizen machen können nach jedem vortrag wird es noch mal so eine kleine relax session mit mir geben und sie bekommen die frage also es ist diesmal nicht so dass das publikum fragen stellt sondern unsere referentinnen werden sie dinge fragen und sie können die kurz sacken lassen und nach den drei inputs gibt es dann die möglichkeit dass wir noch mal zusammen in austausch kommen aber genau wir haben versucht ein bisschen anderes format als das gängige zu erarbeiten bei dem sie einfach so abschalten können nein nein hier soll mitgemacht werden und mitgearbeitet werden und wenn es auch nur ist ich finde es auch total langweilig oder ich verstehe es nicht also es geht nicht darum hier die werden nicht eingesammelt diese zettel die sind nur für sie aber genau die möglichkeit irgendwie noch mal so ein bisschen mitzunehmen und uns vielleicht auch am ende zu ermöglichen unterschiedliche verbindungen zu ziehen denn diese drei inputs kommen aus sehr unterschiedlichen bereichen ich stelle mal unsere ganz tollen referentinnen heute vor die erste person wird ihren input auf englisch halten ich hoffe dass es in ordnung sollte es leute geben die irgendwie flüster übersetzung brauchen oder so melden sie sich mal kurz beim team das ist nicht richtig gut organisiert aber ich wette wir kriegen das hin falls es jemand braucht genau stefanie henke sie ist designerin technologistin kuratorin sozialunternehmerin und einer der gründerinnen von tactical tag eine ngo die das zusammenspiel von kunst kultur bildung technologie und zivilgesellschaft untersucht sie berät auch zu design und ethischen nachhaltigkeitsfragen und hat auch schon kunstwerke im rahmen der architektur biennale in venedig ausgestellt sie wird auch später über methoden der kunst und des digitalen mit uns sprechen und diesen input geben genau und auch die frage von digitalen räumen als begegnungsorte ein herzliches willkommen an stephanie henke dankeschön i will shortly introduce also the other two but you can already find your plate genau dann ist noch bei uns damit ihr nicht so lange warten müsst und ich schon mal ein bisschen anteaser wer gleich noch so alles kommt mit print er ist leiter der abteilung oder des projektes gut gaming bei der antonio amadeus stiftung und auch selbst leidenschaftlicher game und auch schon kleiner spoiler er wird auch hier einen kleinen kleines game machen mit euch oder etwas abfragen zum thema gaming also es wird auch ein bisschen interaktiv genau und sein schwerpunkt ist aber eben die auch wie die rechtsextremen bewegungen die gaming szene nutzen und auch manipulativ und instrumentalisieren nutzen das heißt es wird auch vielleicht ein bisschen harter tobak aber wie gesagt wir entspannen uns davon nochmal genau herzlichen applaus auch für mich und als letzten redner haben wir boiano ricum er ist geschichts und politik wissenschaftler und leitet seit 2017 die stadtbibliothek tempelhof schöneberg die fünf häuser hat und ein bücherei bus und er ist auch co sprecher der vb diejenigen von ihnen die einen bibliotheksausweis haben wissen wofür das stimmt steht nämlich der verbund der öffentlichen bibliotheken berlins das sind elf stadt bezirkt bezirkliche stadtbibliotheken und die stiftung der zentralen landesbibliotheken genau und wir werden auch ein bisschen noch einen theoretischen ausschlug in wissensproduktion machen und auch fragen von digitalisierung und öffentlichen bibliotheken besprechen herzlichen applaus auch für bariano ricco klaus 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 Ich bin Stefanie Hönke, ich bin der Co-Founder von Tactical Tech, eine Organisation, die wir in 2003 founded. Und heute, ich werde über die Arbeit, wir haben über öffentliche Engagement in arts institutions und cultural organisations all over the world. Und das ist ein kinder Extert, was ich will, aber ich werde versuchen, ein bisschen über die Erfahrungen zu tun, wo sie kommen, und dann, wie wir lernen, über die Technologie durch beide Digital- und Analog-Means, so viel in-person Arbeit, die wir machen, die usual und unusual spacesen wir in, und dann, diese Methoden in der Madness, so das war die Titel, und ein bisschen ein sneakes Review, und ein paar Dinge, die wir arbeiten an next, und ein paar Bilder. Und so, unsere Arbeit ist sehr visual, so ich dachte, ich würde ein paar Bilder, so ich würde ein paar Bilder, die wir in der Arbeit haben. Und so, wenn wir starten, some of the work we've been doing on public engagement, we were very interested in the question of how technology is presented to us today. And we had a few different inspirations that we started with, and this was one of them. This is, we were working on this in 2015, so nine years ago, or so. And this is an advert, for example, from CompuServe magazine in 1982, that explains, hopefully you can read a little bit of the text, but it's saying, someday, from the comfort of your home, you will be able to shop and bank electronically, we'd instantly updated NewsWires, analysed the performance of a stock feed, and so on and so on. And it's explaining the future we have now. But we were really interested in the way it's presented. Everything's white, everything's clean, everything's perfect, in the eyes of CompuServe. And the second inspiration we were interested in, maybe some of you can guess what this is, it's somebody getting the first iPhone. And we were interested in this kind of euphoria or aspirational part of technology, where people are, you know, that excited, sleeping outside a shop all night to get the first iPhone. So where does this culture of technology come from? And lastly from this, which is probably recognisable to some of you, which is the kind of, the way in which the tech companies themselves choose to present themselves. This is a genius bar from an Apple store, where you can see behind, you know, John Lennon and Martin Luther King, these kind of figures being associated with what's essentially a computer. So in doing that, we wanted to kind of play with all these mechanisms to help people think about technology in a more critical way, to think about things like where the data goes, things, questions like privacy and security, or habituation or misinformation, all these kind of different issues using this visual language. So we started a project that began here at the Hacker Bay in 2016. It was called the White Room then. Using this aesthetic, you'll probably see from some of the images I shared for you. And it was part of a larger project called Nervous Systems that we co-curated there with Anselm Franke. And after that, we realized in this experiment we did there that people were really interested in having a more critical conversation about technology in ways they could relate to. It's not very surprising now when I say that. I think you see it every time you open the newspaper. But I think in 2016, it was a little bit more new. And we started doing that outside of conventional spaces. So we started, for example, taking over shops on high streets. We did this in London, in New York, in San Francisco, where we took over really large retail stores. Like this one, the one on the left is in London, the one on the right is in San Francisco, which was in a former kind of converse shop, like Levi's shop. So it's a really big store on the high street. And people come in and they don't really know what they're going to get. They don't know, is it a new Apple store? Is it something kind of, you know, promotion? They're not really sure. But it's an exhibition about the ways in which technologies are changing the way we live. And everything there is not for sale, but rather kind of provocation. These are kind of busy, lively spaces. As you can see, they're not kind of typical gallery spaces. You don't have to be quiet. You can touch things. There's lots of people there. There are events there as well throughout the time. And we're using a couple of different methods. So I'm going to show five things that we're using to talk about technology with the public. And I should say just like about the quantity of people. These shops are open for three weeks and we have like 20,000 people through in that time. So they're quite busy spaces. So one of the things we're doing is talking about technology without using technology very often. Sometimes you go to an exhibition about technology and it's just full of screens and computers only. And we're really interested in how you can have a conversation about technology, what it means for society, politically, socially, without using tools. So we do obviously have some technologies there, but we're also finding lots of other ways. So for example, in this case, this is a kind of analog version of thinking about what's called the Google empire here. So it's the ways in which Google has bought and acquired different kinds of businesses over time. People can look at how big the company is. The second technique we're using is this kind of seeing is believing. So rather than just telling people what to think about technology, we present them with how it works normally behind the scenes in a way that kind of gets them really fascinated, kind of interactive. Here's an example, again, analog. This example is an artwork called Got Your Password, which is this artist printed the sort of five, six thousand passwords that were leaked on LinkedIn. And then people go through the books kind of looking for their passwords. Sometimes they find them and it always attracts a lot of people. And here's another one where it's more interactive, where people can actually see how facial recognition works and where that information comes from. And that's, again, quite it looks kind of maybe normal now, although most people probably still don't know exactly how it works. But this, again, was some years ago. But the point is, how can we just open up technology, open this black box and help people see how it works in a way that's relevant and interesting to them? The third thing we're doing is we're usually using these kind of playful and provocative techniques. You know, talking about technology can seem interesting for the first few minutes, but gets very boring very quickly to a lot of people. So we try to find ways to make it more playful. Here's, for example, a slot machine where you can put this was in the US, this version. So where you can put a dollar in and then you get instant followers up to 100 likes on Instagram. It actually works. And people are kind of really curious about that. But obviously, each of these pieces have a deeper set of questions about why do we put so much value on followers if we can just buy them from a slot machine? So the ones I've been showing you right now, some of them are the artist works are things we've curated and some of the works that we create. We do both. So we both curate and we create artworks as well. So, yeah, the fourth technique we're using is making connections. So how can you really get people interested and involved in the questions? So here's some of the kind of more analog interactive techniques we're using where we're getting people to think about different ways that they can relate to the questions. So this one, for example, is a way you can map your own habituation to technology. So how many hours are you spending on your phone? That kind of thing. And people are starting to map together, which normally creates interesting arguments between couples as well when they're doing it. And also kind of voting with their feet. So like asking people bigger questions like what do you think about these issues and giving them space to participate and discuss at the end, either through events or just through this case, like simply voting with stickers in an exhibition we did. So those are some of the different things we're doing. And the last technique is someone to talk to and something to do. And I think that we are really aware that some of the techniques we're using and some of the content is quite scary for some people, especially the more security, privacy oriented questions. Or some of the questions are quite challenging in terms of how society sort of works on these issues. So we're always giving people a space to come with their questions, to talk to someone, to get advice to. And these people who work in the we call them data detox bar are actually local. So we train local communities to not only to be able to talk to people about what they're interested in when it's happening, but also to keep that expertise in that community when we leave the space. So this is the kind of way we've been working. And here's another example, sorry, the data detox bar. This is the detox bar at Berlin Fashion Week a few years ago. So the thing we're doing is giving people as well things they can take away. This is the data detox kit. Because we find people, if they're activated by the questions, they normally leave asking, you know, what can I do? And we don't want to leave people with a sort of blank space. So that's the story of the glass room and sort of like how we got into this mechanisms and methodologies for working with people. And we, our team spends the whole time on the floor, on the shop floor with people, listening to people. And we found that like when, when we go through those exhibitions, we're usually listening to thousands of people, what the questions are, what they want to, what they want to talk about, what they're interested in. And if for us, it's a great way to learn what people are actually interested in. Because you always hear these stories in the paper or maybe even in research sometimes saying this is what people do and don't care about. But what we find when people come and talk to us is like everybody has a reason to care about these issues. It's just that everybody's reason is kind of different, but people really want to talk about these things. So because of that, we got us to kind of, can we do this in other places? Obviously, those big shops are fun to do, but exhausting and really expensive. So we found a way of doing that that isn't like that. We found a way that's literally like you can even put it on from an A4 printer in a school and started adapting it. And when doing that, we started putting lots of different venues. So adapting it into bigger, you know, for example, here in a bigger art space here on a train station in Helsinki, even we'd had like a big poster display version of some of the glass room content. And in lots of this is in school in South Sudan, lots of different places where we've opened up the license for the work. So it's a Creative Commons license and said to people, what do you want to do with our with our way of teaching and way of learning about technology? And how do you want to do it and let local groups interpret it in their own way? So like here's a group, here's a group down in the corner, for example, who's done it entirely as a projected presentation, the projected exhibition. So very different ways depending on the country as well. And that's what we've been able to scale. So we've now done it in over 70 countries with over 500 partners. So in working this way, kind of trying to open up the work we've been doing, really supporting the work of others all over the world to kind of engage their communities in these questions and the questions that they care about. And from that, we've done two other things. We've kind of started exploring then in different directions. And one of the things we did a few years ago, just at the end of Covid, was we did an outdoor exhibition with HAL here in Berlin. And it was a kind of interesting experiment, which I'm happy to talk about in the Q&A, how difficult it is to do an outdoor exhibition. Don't necessarily recommend it. We spent most of the time fighting with the Berlin authorities and having a very lovely, but very difficult to put up a balloon. We also decided to do it in a crazy way, which probably wasn't a good idea. And we spent a lot of time fighting with the wind. But we did put it on and it was kind of an interesting proposition to try and take this to a different space. As you've probably seen, we're really interested in meeting people where they are, not necessarily in typical cultural spaces and reaching people that wouldn't necessarily come in through the door of a museum or a theatre even, but might come across this. So we'd have people, you know, walking their dogs, cycling up, you know, doing all kinds of things, just coming to the exhibition. This particular exhibition was about technosolutionism. So it's a little bit different than the glass room one I was showing you. It's more about the ways in which we rely on technology to solve kind of problems in the context of crisis. So I'm just going to show you a very quick trailer. It's like a minute and a half to give you a sense of like the kind of artworks that we're showing and the kind of language that we're using in this exhibition, which is a bit different than the one I was showing previously. There's another classic aspect of design, which played and also has a bit different materials and roles. We're doing this. Das ist mein Gott. Das ist dein Gott. Ich bin von dir, ich bin vom Gott. Das ist mein Gott. Mein Gott. Ich bin von dir. Der ist ein Gott. Der ist ja Gott. Hell. So you'll see that was a few years ago. So one of the things we're interested in as well is like working and then here we partner with how across these kind of arts and performative spaces. Sorry, I'll just move that. So we don't want to just be in one kind of category or another. And we're often using education. We're using more pedagogical techniques. Then we're using more conceptual artworks and then working in a more performative way. So we like to mix these different things. And the other thing we've been doing is taking that and starting to work with young people. And we have a project called What the Future Wants, which is more provocative and more kind of trying to meet young people where they are with these issues that they need to care about. But it's very much part of their existing environment and finding ways to work with young people that works for them. So we're working with 13 to 19 year olds. This is our exhibition we've just launched on AI, particularly for young people. This, again, you can put it up in a school or a library. We work a lot with libraries as well. And this is where we're working with. We co-developed this with 300 young people. So we really felt we couldn't go and tell people, even though, like, I have a teenager. I think I understand 16 year olds and technology. I really don't. And we felt like we wanted to work with them. So we did this with a collaboration with 300 young people and 100 educators. And then we've managed to roll that out as well in 29 countries. So we're starting to kind of get a bit more into this youth area. So I think I'm okay for time just to finish with a couple of short, yeah, checking. Maybe I was speaking too fast as well. I'm not sure. But I just maybe finished with a couple of things that we're working on next, which might be interesting. So I keep saying we and I, but I'm just maybe should be clear. We're a team of 24 people with an office here in Berlin. We're very international. In fact, we have no majority. We're from all over the world. But we happen to be based here in Berlin. And we have a studio. So through the studio, we're doing this exhibitions and so on I just showed you. But also lots of different collaborations with lots of different cultural institutions and organizations. We just moved to Publix, who some of you might know. We've been involved in that for some time. And that's just opened in Naikon. There'll be also a public space there for events. And that building in Naikon is housing a lot of NGOs working on journalism and media. So maybe I'll just show one little preview from a project because I want to wrap up and give time. Just one I'll pull out is this one, which is our citizen situation rooms that we're starting to launch now. So these are taking forward some of the work we've been doing with how do we learn how to interact with the public in very public spaces like shops. And we're going to be opening what we call open kitchen investigations, which are investigations that take place in collaboration with investigative groups like Corrective and others here in Germany and others in other countries, where we do kind of like an open process of how we investigate issues and then allow the public in to see how that investigation goes, which is kind of a performative way of thinking about engaging the public in asking questions, especially in a context in which communities are very divided and we have a very polarised set of opinions around key issues. So we're trying to find ways through a combination of kind of design, art, performance, investigation, public spaces, where we can engage people in bigger questions that affect those communities. So that's something that we're going to be launching in 2025. So the last thing is I've been asked to leave with a question, which I'm going to do, because I think the question is coming to you, not the other way around, as far as I understand. So my final question really was about the question of impact, because one of the things we're interested in when thinking about change in this area is there's a lot of effort and emphasis going into research and understanding these issues, maybe even into policy work. And we obviously are more on the public engagement side, and that's something maybe we have in common, more interested in and more committed to how communities and citizens learn about these issues. And so my question is really the second one there. So, you know, how do you think, and I'd be curious how other people think about public engagement and educational interventions in the current context, and how do we think about impact and their connection to change? That's it. Thank you. Thank you. Okay, I switche mal wieder auf Deutsch. Ja, das war nicht so richtig. Das gibt so ein dumpfes. Okay, gut. Das ist Magic. Hat mich ein bisschen irritiert, dieses Geräusch gerade. Okay. So, das war ganz schön viel, wa? Also, ich bin leicht überfordert, aber deswegen machen wir jetzt auch nochmal eine kleine Beruhigungsrunde, bevor es weitergeht mit dem nächsten Input. Und zwar habt ihr ja diese kleinen Zettel bekommen. Und jetzt würde ich nochmal einladen, kurz zu entspannen, so einen Moment, zu atmen, einzuatmen, auf eins, zwei, drei und einen kleinen Übergang finden und ausatmen auf drei, vier, fünf, sechs. Ich mache jetzt mal mit, ohne zu reden und mache das einfach nur so mit meinen Armen. Und genau, Stephanie hat diese Fragen, können wir diese Fragen nochmal zurückholen von der Präsentation, aufgeschrieben. Und ihr habt jetzt, sagen wir mal, drei Minuten Zeit. Ich stelle mal einen Timer und könnt dazu zum Beispiel was malen oder so. Also, ihr müsst jetzt nicht super krass prüfungsmäßig das beantworten und werdet danach abgefragt, sondern die Idee ist, dass wir es jetzt eben mal umdrehen. Ihr bekommt eine Frage und es geht wirklich für mich um Neugier. Also, was daran fandet ihr spannend? Oder auch bei dieser Präsentation, wo ja super viele Eindrücke und Infos und Praxisbeispiele von Stephanie dabei waren. Welches Bild ist euch im Kopf geblieben oder welcher Moment war interessant? Könnt ihr was, kleine Notiz zu machen oder was aufmalen oder so? Also, genau, ich habe den Timer gestellt. Ihr auch, weil nachher können wir dann auch miteinander nochmal im Gespräch sein. Und genau, viel Spaß. Noch zwei Minuten. und dann, was wir jetzt mal wieder auf? Also, wir sehen uns mal wieder auf. 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 Und dann, 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 wir sehen uns mal wieder auf. Untertitelung. BR 2018 Okay, noch 20 Sekunden. Ihr könnt langsam ein Ende finden oder nochmal die Ruhe genießen. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt langsam zum nächsten Redner und zwar ist es Mick Prince, der über Good Gaming und Bad Gaming vielleicht auch mit uns sprechen wird. Und weil das ja möglicherweise auch nochmal relativ emotional wird, habe ich jetzt hier auch noch eine kleine Methode für euch. Und zwar kommt das auch so aus der somatischen Übung, also so Körperarbeit. Und dafür, also es ist natürlich eine Einladung, wer Lust darauf hat, könnt ihr eure Hände so vors Gesicht halten. Also ich halte gerade die Handflächen zu mir vor mein Gesicht und dann die Hände überkreuzt, sodass die beiden Daumen sich bewegen, sich berühren und die Handflächen außen sind. Und quasi so ähnlich, wie wenn man ein Schattenspiel macht und irgendwie so ein Vogel an die Wand wirft oder so. Also so fühlt sich das an, also die beiden Daumen haben Kontakt miteinander und die Handflächen sind außen. Dann legt ihr das so auf eure Brust und dann könnt ihr so klappern. Also die eine Hand auf die rechte Brust, klapp und dann die linke Hand auf die linke Brust, nee, die rechte Hand auf die linke Brust. Also es ist ja alles überkreuzt und das macht man eine Weile. Es ist voll herausfordernd dabei zu reden, das hört man eigentlich nicht mal. Deswegen höre ich mal kurz auf zu reden. Genau. Und auch diese Übung hat einen Sinn. Und zwar, weil man die Links-Rechts-Achsen halt so überkreuzt und auch zeitversetzt das Ganze macht, wird das Nervensystem reguliert und die linke und rechte Gehirnhälfte kalibriert, synchronisiert, drückt, verbunden. Genau, reden dabei ist total schwer, stelle ich gerade fest. Genau, aber es ist so eine Methode auch sich zu beruhigen und auch mehr in Kontakt zu sein mit dem, was gerade so los ist. Einen dicken Applaus jetzt für Mick, der uns über Gaming was erzählt. Hallo, ich bin Mick, Mick Prinz von der Amadeo Antonio Stiftung und ich freue mich mit euch jetzt in den nächsten 15 Minuten bei ein ganz anderes Kulturthema aufzumachen, nämlich das Thema Gaming. Wir sprechen heute über unverpixelten Hass, Fragezeichen, Gaming zwischen Vielfalt und Demokratiefeindlichkeit. Ich möchte also beide Seiten abbilden. Ich möchte sowohl die problematischen Aspekte am Gaming abbilden, ich möchte mit euch aber auch über die ganz vielen vielfältigen Toleranten und eben auch die Aspekte am Gaming sprechen, die für Diversität und für Toleranz einstehen. Das heißt, ihr werdet hier in den nächsten 15 Minuten nicht nur Mist hören, ihr werdet aber auch viele Dinge hören, die euch vielleicht auch unbekannt sind, die euch vielleicht verschrecken. Aber ich möchte euch auch ganz viele Aspekte zeigen, die euch vielleicht verzücken, die euch vielleicht auch eine Sichtweise auf Gaming liefern, die ihr so noch nicht kennt. Ich komme von der Amadeo Antonio Stiftung, wir sind eine NGO mit Sitz vor allem hier in Berlin, die sich viel mit den Themen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus auseinandersetzen. Und ich habe quasi bei uns in der Stiftung dieses Projekt zum Thema Gaming und Rechtsextremismus initiiert. Was erwartet euch heute? Ich habe quasi drei Punkte dabei, wir fangen an, klassisch wie in so jedem typischen Videospiel mit dem Charaktereditor. Wir erstellen unsere Figur, indem ich euch kurz nochmal ein paar Takte zur Amadeo Antonio Stiftung erzähle. Ich werde euch auch nochmal ganz kurz und knapp so die Arbeitsbereiche meines Projektes vorstellen, halte mich hier aber bewusst kurz. Dann gibt es das Tutorial, quasi den Einstieg ins Spiel. Ein kleines Gaming-Quiz habe ich dabei, vier mehr oder weniger simple Fragen und hier möchte ich so ein bisschen mal rauskitzeln, wie affin seid ihr eigentlich mit dem Thema Gaming? Habt ihr schon Vorwissen? Kennt ihr euch mit dem Thema Politik und Games aus? Da gibt es quasi eine kleine Einführung. Und dann gehen wir über zur Hauptquest und hier stelle ich euch sowohl demokratische als auch antidemokratische Agitationen im Gaming vor. Möchtet ihr die immer so ein bisschen gegenüberstellen, damit ihr sowohl Negatives als auch Positives hört. Als Add-on, als kleine Erweiterung haben wir dann noch die Frage zum Abschluss. Die gibt es dann eben am Ende. Genau, ich starte mit dem kleinen Charaktereditor. Wer oder was ist die MAD-Antonio-Stiftung? Wir sind eine NGO, die seit 25 Jahren existiert, die sich eben vor allem mit Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus auseinandersetzt. Wir haben quasi zwei Kernbereiche, in denen wir arbeiten. Einmal fördern wir bundesweit Projekte. Projekte, die etwas gegen Neonazis unternehmen. Das kann eine Hochschul-Initiative sein, die etwas zu neuen Rechten macht. Das kann ein Fußballfest gegen Neonazis sein. Das kann ein Festival gegen Rassismus sein. Das kann eine Willkommensinitiative sein, die im ländlichen Raum etwas zu geflüchteten, feindlicher Gewalt macht. All diese Projekte unterstützen wir finanziell, aber auch ideell, indem wir SpeakerInnen oder Materialien vor uns schicken. Genau, auf der anderen Seite haben wir auch ganz viele eigene Projekte in der Stiftung, die zu verschiedenen Themen arbeiten. Und eines dieser Projekte ist jetzt eben dieses ominöse Gaming-Projekt, in dem ich arbeite. Eine Sache will ich nur nicht vergessen. Die Person, die ihr hier unten links im Bild seht, das ist Amadeo Antonio, der Namensgeber der Stiftung. Er ist eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt im wiedervereinigten Deutschland und wurde leider in Eberswalde 1990 von rechtsextremen Jugendlichen so schwer verletzt, dass er dann leider an seinen Verletzungen erlegen ist und verstarb. Und in Gedenken an ihn aber auch, um ein Zeichen der Solidarität mit anderen Betroffenen rechter Gewalt zu setzen, haben wir die Stiftung Amadeo Antonio Stiftung genannt. Genau, zum Projekt Good Gaming. Das ist jetzt ein Projekt, was wir seit viereinhalb Jahren am Start haben. Unsere Zielstellung ist relativ klar. Wir wollen einen fokussierten Blick auf das ganze Thema Gaming und Rechtsextremismus werfen. Das heißt, wir schauen uns an, was sind denn hier so die zentralen AkteurInnen, die so im Gaming aktiv sind. Was sind so die spannenden Plattformen, die wir uns angucken sollten. Steam ist hier zum Beispiel ein Ort, so eine große Videospiel-Vertriebsplattform, auf die wir ganz viel schauen, weil es da ganz viele rechtsextreme Gruppen gibt. Aber was sind auch so die Narrative und die Erzählungen, die vor allem Rechtsextreme im Gaming platzieren. Das sind so die Schwerpunkte. Hier wollen wir eine Öffentlichkeit für generieren und diese Punkte eben auch einordnen. Dabei ist mir ganz wichtig, so als Person, die selbst Videospiele liebt, ich möchte irgendwie nicht darstellen, dass die extreme Rechte repräsentativ ist oder nicht stellvertretend steht für eine relativ diverse Gaming-Kultur. Die extreme Rechte ist natürlich auch nur eine laute Minderheit im Gaming, aber eine, auf die wir leider eben auch einen Blick werfen müssen. Was wollen wir mit unserem Projekt nicht? Das kann man eigentlich an dem Bild hier ganz gut darstellen. Das ist eine Person, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Der ehemalige Innenminister Horst Seerofer, der nach dem antisemitischen Anschlag in Halle vor fünf Jahren gesagt hat, und deshalb müssen wir die Gamerszene stärker in den Blick nehmen. Und das war ein Spruch, der nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen SozialwissenschaftlerInnen und GamerInnen zu sehr starker Schnappatmung geführt hat. Denn genau das wollen wir quasi nicht. Wir wollen nicht diese alte Killerspiel-Keule entstauben. Wir wollen auch GamerInnen nicht unter Generalverdacht stellen und wie alle unter so einen Extremismusverdacht stellen. Und wir wollen auch keine Stereotypisierung vornehmen. Ich zum Beispiel spreche eigentlich nie von der Gamer-Szene. Die gibt es in meinen Augen aus. Und es ist ein super heterogenes Feld. Es gibt eher sehr vielfältige Gaming-Communities, in denen eben auch ganz verschiedene AkteurInnen unterwegs sein können. Im Projekt haben wir so vier Arbeitsbereiche, die ich euch ganz kurz und knapp nochmal skizziere. Zum einen bilden wir Menschen weiter. Das können SpielentwicklerInnen sein, das können GamerInnen sein, das können InfluencerInnen sein. Oder zum Beispiel auch hier auf der Republika viele Medienschaffende, mit denen wir hier über das Thema Gaming und Rechtsextremismus gesprochen haben. Oder hier spricht ein Kollege von mir mit jungen E-SportlerInnen, also Menschen, die mit Gaming quasi auch ihr Geld verdienen oder verdienen wollen, auf einer Konferenz, wie man sich gegen Hass im Gaming wehren kann. Oder auch hier sind wir zu Gast bei einer Streamerin und sprechen darüber, was wir denn gegen Neonazis auf der Plattform Steam unternehmen können. Gleichzeitig monitoren wir das Ganze natürlich auch. Das heißt, wir analysieren, was passiert auf den Gaming-Plattformen. Steam, habe ich gerade schon genannt, ist so ein Ort, wo wir viele unterwegs sind, wo wir ganz viele auch so Wehrmachts-Fan-Gruppen sehen, wo wir ganz viele rechtsextreme Gruppen beobachten können. Wir gucken uns hier die Plattform Twitch an, also eine Live-Streaming-Plattform, wo eben auch teilweise sehr toxische AkteurInnen streamen. Aber wir gucken uns auch sowas an. Das hier ist Roblox. Roblox ist ein Spiel, was eigentlich für 9- bis 12-jährige Kids da ist oder was vor allem von 9- bis 12-jährigen gespielt wird, wo man ganz viele eigene Erlebnisse, Maps bauen kann. Und hier, vielleicht erkennt ihr es, haben wir eine Map, wo man das Attentat von Christchurch nachspielen kann. Das kann man als junge Person einfach so auf dieser Seite oder auf dieser Plattform finden. Auf sowas schauen wir uns an, rechtsextreme Games. Davon gibt es glücklicherweise nicht so viele und die floppen in der Regel auch. Aber auch solche Propaganda-Games schauen wir uns dann nochmal quantitativ bzw. qualitativ eher an. Gleichzeitig fragen wir uns dann natürlich auch, was können wir jetzt damit tun? Wie können wir die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, dass wir auch ein Problem mit Rechtsextremismus und Gaming haben? Dazu veröffentlichen wir Postings, kleinere Handreichungen, Handlungsempfehlungen, wie wir uns denn mit dem Thema Gaming und Rechtsextremismus auseinandersetzen können. Und last but not least haben wir noch einen pädagogischen Ansatz bei uns im Projekt, das sogenannte Digital Streetwork. Hier gehen wir auch selbst auf die Gaming-Plattformen mit Sozialarbeiterinnen und sprechen mit Jugendlichen über ganz verschiedene Themen, über Hass im Netz, aber auch über das Thema Politik im Gaming, über Spielschulden. Und hier versuchen wir dann vor allem, das zu machen, was die analoge Sozialarbeit auch macht, nämlich mit Jugendlichen in den Austausch zu gehen, auf Augenhöhe mit Jugendlichen zu sprechen, das aber eben in einem digitalen Gewand auf digitalen Plattformen. So, das war der erste Teil. Ruschen wir weiter zum kleinen Gaming-Quiz. Ich habe hier, wie gesagt, vier Fragen vorbereitet, um mal so ein bisschen rauszukitzeln, wie gamingaffin ihr denn eigentlich seid. Die erste Frage ist vielleicht simpel, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt, ob ihr das wisst. Wie viel Prozent der 6-69-Jährigen in Deutschland spielenden Videospiele? Sind es A, 12%, B, 36%, C, 58% oder D, 67%? Ihr könnt ja einfach die Hand heben, wenn ihr glaubt, zum Beispiel, es ist Antwort A. Wer sagt, es ist A? Ich sehe keine Hand. Wer sagt B? Da gehen so ein paar Hände hoch. C. Da gehen auch nochmal eine ganze Reihe von Händen hoch. Und D. Da gehen auch einige Hände hoch. Die richtige Antwort ist tatsächlich C. Die 58% der 6-69-Jährigen spielen mindestens gelegentlich Videospiele. Das sagt der Deutsche Bankische Verband Game, der dann auch nochmal aufschlüsselt, fast die Hälfte aller SpielerInnen ist weiblich gelesen. Das ist auch mal so ein Vorurteil, was viele Menschen haben. Gaming ist so ein reines Jungsding, so ein reines Männerding. Das stimmt gar nicht. Und Gaming ist auch gar kein reines Kinderding, denn das Durchschnittsalter von GamerInnen liegt bei 37,9 Jahren. GamerInnen werden im Schnitt auch immer älter. Frage 2. Welches der folgenden Spiele ist kein politisches Videospiel? Geht es da natürlich so ein bisschen mehr in die Tiefe? Vielleicht kennt ihr die Spiele, vielleicht nicht. Vielleicht könnt ihr euch aber auch ein bisschen was vom Namen ableiten. Welches der folgenden Spiele ist kein politisches Videospiel? Ist ein. Ich kann meine eigene Frage gar nicht. Sehr gut. Welches der folgenden Spiele ist ein politisches Videospiel? Ist es Animal Crossing? Das ist so eine Art Sims. Man hat seine kleine einsame Insel und kann die quasi bebauen, bepflanzen, wie auch immer. Ist es Tetris? Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist es Bidosgate 3? So ein riesiges Rollenspiel, was letztes Jahr rausgekommen ist. Oder ist es This War of Mine? Wer sagt Animal Crossing? Das ist ein politisches Videospiel. Ich sehe eine Hand. Wer sagt Tetris? Ich sehe keine Hand. Bidosgate 3? Ich sehe ein, zwei, drei verhaltene Hände. Und This War of Mine? Da gehen die meisten Hände hoch. Tatsächlich ist die Antwort alle. Alle Spiele hiervon sind politisch. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Einblicke davon. Das hier ist Animal Crossing. Wie gesagt, dieses Aufbauspiel, wo es zum Beispiel eine Joe-Biden-Insel gab. Im US-Wahlkampf 2020 haben die Demokratinnen eine Joe-Biden-Insel gebaut, wo man sich mit Joe-Biden-Merch einkleiden konnte. Natürlich hat man nicht Joe Biden selbst auf dieser Insel getroffen. Aber tatsächlich hat das Wahlkampfteam um AOC, also die Demokratinnen, auch ganz viel Wahlwerbung in anderen Spielen gemacht wie Among Us. Also die Demokratinnen haben im letzten US-Wahlkampf teilweise auch schon Gaming genutzt und dann zum Beispiel auch solche politischen Inhalte in dieses Spiel mit eingebaut. So, Tetris ist auch politisch. Und jetzt werdet ihr denken, hey, Tetris, was ist denn daran politisch? Tetris hat eine politische Interpretation. Das ist nämlich ein Game, was 1984 von einer einzelnen Person in der Sowjetunion gebaut wurde. Und diese Person wollte anhand von diesem Spiel zeigen, wie monoton und langweilig der Büroalltag im Westen ist. Wo man jeden Tag immer das Gleiche macht, immer stapelt und Klötze wegbaut. Finde ich halt nicht gut funktioniert. Ich finde Tetris supergeil. Ich finde es ein super spannendes Spiel. Aber auch das ist halt eine politische Interpretation, die mit diesem Spiel verbunden ist. Natürlich hat das jetzt keine politische Story oder irgendwie politische Figuren. Aber diese Interpretation und die Idee in der Darstellung, in der Metapher, ist dann eben schon eine politische. Beideaus geht Reihe eines meiner liebsten Spiele hochgradig politisch ganz viele verschiedene Intrigen, die in diesem Spiel ablaufen. Aber auch die Darstellung der Figuren ist politisch. Wir können beispielsweise eine queere Liebesbeziehung oder ganz viele queere Liebesbeziehungen in diesem Spiel eingehen. Oder wir können auch eine Transperson im Charaktereditor am Anfang bauen. Auch das ist natürlich Politik. Die Darstellungsweisen von Personen in Figuren in Videospielen ist natürlich politisch. Und als letztes The War of Mine ist ein Spiel von 2014, wo wir die Rolle von ZivilistInnen in einem Kriegsszenario übernehmen und quasi ums nackte Überleben kämpfen müssen. Und schwere ethische und moralische Entscheidungen treffen müssen, wie auch wir diesen Kindern hier an der Tür beispielsweise etwas von unserer Medizin abgeben. Also ein hochgradig politisches Spiel in einem ganz klaren politischen Setting. So, Frage 3. Wie viel Prozent der SpielerInnen haben schon Hass im Gaming erlebt? Ihr merkt, es geht mehr in die Richtung Diskriminierung. 26 Prozent der SpielerInnen haben schon Hass im Gaming erlebt. 36 Prozent, 56 Prozent oder 76 Prozent? Wer sagt, 26 Prozent haben Hass im Gaming erlebt? Ich sehe keine Hand. Wer sagt, B, 36 Prozent? Ich sehe ein paar Hände, 56 Prozent. Ich sehe nochmal einige Hände und 76 Prozent. Das sind die meisten Hände. Ihr habt leider recht. 76 Prozent aller SpielerInnen haben schon Hass im Gaming erlebt. Das sagt eine Studie der Anti-Defamation League aus den USA. Quasi drei von vier SpielerInnen haben schon Hass in Online-Games erlebt. Hauptbetroffene sind hier vor allem weibliche Personen, aber auch Teile der HDIQ-Plus-Community oder auch jüdische Spiele erleben sehr viel Hass. Gerade weibliche SpielerInnen, wenn sie spielen, wo man einen Voice-Chat hat, die Mikrofone anstellen, erleben sie sehr oft Diskriminierung und sexistische Anfeindungen. Frage vier. Wie viele Profile auf der Vertriebsplattform Hitler, Steam, haben Hitler im Namen? So ist die Frage. Also auf Steam, kurz Kontext, kann man sich ein eigenes Profil bauen, ist quasi ein eigenes soziales Netzwerk. Was glaubt ihr, wie viele Profile heißen wir Hitler oder haben Hitler im Namen? 0, 376, 7.422 oder 60.903. Wer ist optimistisch und sagt, kein Hitler auf Steam? Ich sehe eine Hand. Wer sagt 376? Ich sehe eine Hand. Wer sagt C, 7.422? Da sehe ich ein paar Hände und ich nehme an, die meisten von euch sagen D. Ja, da gehen einige Hände hoch. Tatsächlich ist die traurige Antwort D. Ihr seht es hier an der Seite, eingekreist, 60.000 Profile haben zum Beispiel solche Namen. Hitler-Laber-88 mit dem Wohnort im Niger. Das ist dann ein Level 71 Profil. Damit will ich einfach nur zeigen, das ist ein Profil, was jetzt nicht irgendwie kurz erstellt wurde, sondern das ist ein Profil, was schon sehr lange auf der Plattform aktiv ist und einfach nicht gesperrt wird. Oder auch sowas. Ein Hitler-Profil mit Hitler-Bild auch noch dabei. Und auch sowas wird häufig einfach unbeachtet von der Moderation gelassen. Steam ist eine Plattform, über 100 Millionen monatliche NutzerInnen und die haben sage und schreibe 26 ModeratorInnen auf dieser Plattform. Also so gut wie nichts. Das ist wirklich sehr krass. Das sind zumindest die letzten Zahlen, die wir gehört haben. So, das war der kleine Einstieg ins Thema Gaming, um euch so ein bisschen Grundwissen zu vermitteln. Und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, was gibt es denn für demokratische und antidemokratische Strömungen in der Gaming-Welt. Gucken wir uns erstmal die Videospiel-Communities an. Und hier möchte ich euch erstmal positive Aspekte zeigen. Das hier ist Gate Wars 2, so ein relativ beliebtes Online-Rollenspiel. Und hier findet einmal im Jahr so eine Pride-Parade statt, wo einmal im Jahr drei Tage lang Spielerinnen zusammenkommen, durch diese Welt demonstrieren und dabei Geld für HDBQ-Plus-Support und Organisationen einsetzen. Das ist also ganz klare demokratische Agitation im Gaming. Eine andere Demonstration hier in Elder Scrolls Online, wo SpielerInnen sich zusammengefunden haben und gegen die Invasion der Ukraine auf die digitale Straße gegangen sind, 2022. Ein anderes Beispiel hier wieder Animal Crossing, das Spiel, wo Joe Biden seine kleine Queenie-Insel hatte. Hier haben wir dann ein Beispiel, wo Leute für Black Lives Matter quasi in Animal Crossing demonstrieren und da dann auch entsprechende T-Shirts anhaben. Gleichzeitig, jetzt kommen wir auf die rechte Seite, wo ich immer so ein bisschen das Negative darstelle, gibt es eben auch 20% der VideospielerInnen, die schon eindeutigen Rechtsextremismus im Gaming wahrgenommen haben. Zum Beispiel sowas hier. Das ist Need for Speed, eines der neueren Need for Speed-Teile, wo man selbst so Autodesigns bauen kann, Autofolien besprühen, bemalen, wie auch immer kann. Und da hat es dann dieses Hakenholz-Auto zeitweise in die beliebtesten Autofolien geschaut. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen, aber immer da, wo man quasi rechtsextremen oder ewigen Edge-Gamern die Tür offen lässt, solche Dinge zu kreieren, passiert das auch im Online-Gaming, wenn man es nicht moderiert. Und es wird sehr selten moderiert. Auch sowas gibt es hier von der jungen Alternativen, der rechtsextremen Jugendorganisation der AfD, gibt es ab und zu so Gaming-Abende, wo dann, ja, Jugendliche zusammenkommen sollen, zusammenzocken sollen, aber natürlich auch über politische Dinge sprechen. Also auch die Jugendorganisation der AfD hat mittlerweile verstanden, dass Gaming ein Thema ist, um Menschen auch anzusprechen. Auch sowas gibt es hier, sogenannte Gaming-Jams, wo in der Regel ein Wochenende VideospieleentwicklerInnen zusammenkommen. Das gibt es auch aus rechtsextremer Seite. Das nennt sich hier Kult-Jam, wo dann rechtsextreme SpieleentwicklerInnen zusammenkommen und zum Beispiel sowas hier bauen. Das ist ein Spiel, wo wir einen Supermarkt-Shopkeeper spielen, der seinen Supermarkt vor den bösen, schwarzen Dieben beschützen muss, die in den Supermarkt kommen und alle nur klauen. Vielleicht erkennt ihr es, ich hoffe, ihr erkennt es nicht. Hier rechts im Bild haben wir dann eine Person mit George Floyd-Gesicht. Also solche Spiele werden dann bei diesen rechtsextremen Spiele-Gams gebaut. Und auch die junge Alternative hat jetzt vor einigen Wochen so ein sehr unangenehmes Spiel in den Browser geworfen, wo wir so drei Symbole nebeneinander schieben müssen. Und wenn man dann drei Geflüchtete nebeneinander legt, kommt so ein Abschiebekorps, der eingespielt wird. Also auch da haben Rechtsextreme erkannt, dass über Games eben auch einiges passieren kann. Glücklicherweise gibt es aber eben nicht so viele gerechtsextreme Games. Eindeutig rechtsextreme Games. Wir sehen auch auf Gaming-Plattformen demokratische und antidemokratische Strömungen. Vielleicht erstmal wieder das Positive. Es gibt extrem viele positive Aktionen, die mittlerweile zum Gaming passieren. Einmal im Jahr zum Beispiel die Spendenaktion Friendly Fire, wo StreamerInnen Geld sammeln für verschiedenste Hilfsorganisationen. Oder wir sehen auch, dass solche Server aufgebaut werden, wo dann hier auf Discord beispielsweise ein HTTPIQ-Plus-Friendly-Server aufgebaut wird, der als Schutzraum dienen soll. Wir sehen aber auch auf der rechtsextremen Seite, dass auch rechtsextreme Gruppen entstehen. Hier beispielsweise eine Gruppe auf Steam, die Gruppe Germania, die dann schreibt, wir sind der deutsche Widerstand. Sie kriegen es aber nicht gebacken, das Wort Widerstand richtig zu schreiben. Und ihr seht dann hier zum Beispiel, da sind jetzt 222 Leute in der Gruppe, 18 Leute im Chat. Und wir können direkt auf Chat beitreten klicken, um mit diesen Leuten eben zu interagieren. Ich skippe hier ein paar Beispiele aus Zeitgründen, aber auch auf anderen Plattformen sehen wir eben, dass rechtsextreme Plattformen nutzen wie Discord oder eben auch Twitch. Genau, auch in Gaming-Debatten sehen wir demokratische und antidemokratische Entwicklungen. Hier zum Beispiel eine Person, die ich sehr schätze, Fabian Siegesmund, ein Gaming-Streamer, der regelmäßig auch in seinen Gaming-Streams, während er zockt, über Politik spricht und hier dann auch einfach nochmal auf Twitter ganz klar erklärt, naja, in der aktuellen Zeit, wo die AfD immer stärker wird, müssen wir über Politik sprechen. Und genau deswegen mache ich das auch im Stream. Also es gibt mittlerweile auch sehr viele gute Vorbilder da draußen, die auch im Gaming, ja, so zeigen, wie es eben gehen kann. Auch Seiten wie die GameStar formulieren relativ häufig gute Statements gegen Hass, Hass im Gaming, geben Handlungsempfehlungen, was man machen kann. Da passiert glücklicherweise auch einiges. Und es gibt mittlerweile eben auch viele Spiele, die immer diverser werden. Das ist jetzt hier ein Spiel, wo wir eine Hauptprotagonistin spielen, die eine queere Liebesbeziehung eingehen kann. Horizon Forbidden West heißt das Spiel. Aber ihr könnt euch sicher sein, immer wenn in einem Spiel eine queere Liebesbeziehung auftaucht oder irgendwie diverse Handlungsoptionen zu finden sind, gibt es auch immer einen sehr lauten toxischen Backlash. Hier sehen wir dann zum Beispiel ein negatives Review aufgrund dieser Queeren-Kuss-Szene, wo dann eine Person ein Review schreibt und sagt, hört auf, unsere Kinder zu zwangshomosexualisieren, ihr seid doch krank. Und so etwas sehen wir leider sehr häufig, wenn es eben gerade um progressive Werte im Gaming geht. Genau, und als letzten Punkt, es gibt auch User-Generated Bots. Also die Dinge, die von Fans, von GamerInnen erstellt werden und in bestehende Spiele integriert werden. Da sehen wir dann auch, dass es ja viele coole demokratische Entwicklungen gibt. Hier eine Black Lives Matter Mod für Sims 4, wo man seine Sims quasi in Black Lives Matter Kleidung höhen kann. Oder wir sehen hier ein sehr, sehr cooles Projekt, die Unsourced Library. Das ist ein Projekt aus Minecraft, wo quasi zensierte Werke zu finden sind. Es gibt da extra ein Russland- und auch ein China-Raum, wo sich Spielerinnen reinbegeben können und beispielsweise Werke lesen können, die in China und an Russland zensiert sind. Also ein perfektes Tool, um auch gerade solche Werke auszustellen und Spielerinnen zugänglich zu machen, die in Staaten leben, wo es eben keine freie Meinungsäußerung oder freien Pressezugang gibt. Das ist auch ein ganz spannendes Projekt, vielleicht auch nochmal anknüpfend an den nächsten Vortrag. Hier haben wir ein Beispiel aus Fortnite, wo vor einigen Wochen ein Holocaust-Museum implementiert wurde. Das heißt, man kann in Fortnite eine spezielle Map öffnen, wo man nicht wie sonst in Fortnite irgendwie rumschießen kann und irgendwas bauen kann, sondern bewegt sich durch ein KZ-Gedenkmuseum und kann sich verschiedene Infotafeln durchlesen. Und das ist, finde ich, ein super Tool, um auch gerade mit jungen Menschen, mit Jugendlichen in der Schule beispielsweise zu sagen, wir klappen heute mal nicht das Geschichtsbuch auf, sondern wir gehen in ein digitales Museum hier in Fortnite. Aber ihr könnt euch denken, gerade bei User-Generated-Content gibt es auch extrem viel ekligen Rechtsextremen Mist. Hier haben wir dann eine Map wieder aus Roblox, der Plattform, die vor allem von 9 bis 12 vielen Kits genutzt wird. Hier haben wir dieselbe Plattform, wo dann beispielsweise das Abtat von Halle nachgespielt werden kann. Das haben wir gefunden. Oder wir haben dann auch gerade auf Steam ganz viele Mods für bestehende Spiele, wie hier für Civilization VI, wo man dann Adolf Hitler als Führungsfigur für das eigene Volk quasi installieren kann. Das war mein kleiner Ritt durch die verschiedenen Bereiche der Gaming-Welt. Ich wollte euch sowohl das Positive, aber eben auch das Negative zeigen. Ich wollte beide Seiten abbilden. Ihr könnt ganz viel davon auch in dieser Broschüre nachlesen, die ihr hier an der Seite nochmal findet. Ich habe auch noch einige davon im Rucksack. Also falls euch das interessiert hat, kommt gerne gleich vorbei. Sprecht mich an. Ich habe ein paar Exemplare dabei, sonst geht gerne auf unsere Homepage. Bald gibt es auch noch mal eine neue Broschüre. Und sonst, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich habe natürlich noch eine Frage dabei, die ihr gleich beantworten könnt. Nämlich habt ihr schon mal Politik und oder Hass im Gaming erlebt? Wenn ja, wo habt ihr das wahrgenommen? Was ist euch da passiert? Das könnt ihr gerne diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Mick. Okay, das war ganz schön heavy. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ein nervöses Lachen. Wir haben jetzt nicht mega viel Zeit für ausladende Meditationsübungen, die vielleicht angemessen werden in diesem Thema und dieser Schwere, weil es ja noch einen weiteren Input gibt. Aber ich lade euch trotzdem ein, kurz mal durchzuatmen und auch diese Information. Ich weiß nicht, wer von euch schon wahnsinnig vertraut ist mit diesem Kontext. Für mich waren super viele Sachen sehr neu und auch ziemlich beängstigend. Und ich habe auch viele Fragen. Aber ihr habt ja jetzt eine Frage bekommen, nämlich wie eure eigenen Erfahrungen sind in diesem Themenbereich. Und es kann ja auch sein, dass das irgendwas mit euch macht. Also nehmt euch einen Moment, einmal wahrzunehmen, wo im Körper Anspannung sitzt und atmet da nochmal bewusst hin. Genau, Atem ist ein sehr schönes Tool zur Regulation und Heilung auch. Und wenn ihr mögt, könnt ihr diese Frage beantworten oder ihr könnt etwas kritzeln oder eben einfach ein bisschen spüren, wie es euch gerade geht mit diesem Thema und mit diesem ganzen Möglichkeiten und auch vielleicht bedrohlichen Szenarien, die Gaming, die Gaming-Welt bietet. Genau. Ich gebe euch einfach einen kurzen Moment noch dafür. Und ja, dann würde ich Bojano Rickum auf die Bühne bitten. Und im letzten Vortrag, der jetzt nochmal so ungefähr 15 Minuten geht, geht es eben um die Perspektive von Bibliotheken. Da gab es jetzt gerade auch schon eine Überleitung, aber eher aus Kontexten, wo es auch öffentliche Zensur gibt. Die Frage, wie, ob das hier auch eine Rolle spielt. Kannst du darauf eingehen oder eben uns erzählen, was Digitalisierung und die Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg so zu bieten hat. Und danach kommen wir alle nochmal auf die Bühne und wir haben die Möglichkeit, nochmal miteinander zu diskutieren. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Man kann mich hören. Sehr schön. Vielen Dank für die Möglichkeit, zu dieser späten Stunde auch von meiner Seite noch die Möglichkeit zu haben, ein paar Überlegungen mit Ihnen euch zu teilen. Zum Ende hin will ich tatsächlich nochmal ein bisschen philosophischer werden. Ein paar Gedanken teilen zur Idee von Öffentlichkeit und anschließend tatsächlich eine Projektidee des Verbunds Öffentlicher Bibliotheken Berlins, dem FÖP, skizzieren. Das sich hier mit diesem Thema befasst und sich konkret um digitale dritte Orte dreht, bevor ich dann ebenfalls mit einer Frage schließe. Richard Oven, ein geschätzter Kollege und Direktor der Budleian Library in Oxford, vermittelt mit seinem zuletzt publizierten Manifest zur Geschichte bedrohter Bücher eine klare Botschaft. Er sagt, wenn Wissen und Wahrheit gezielt angegriffen werden, sind Bibliotheken starke Bollwerke zu ihrer Verteidigung. Mir kommt dabei ein weiterer Gedanke. Wenn Bibliotheken existieren, um Wahrheit zu schützen, dann müssen sie ebenso Öffentlichkeit stärken. Denn wie können wir ohne Öffentlichkeit überhaupt feststellen, was Wahrheit ist? Wie können wir ohne Öffentlichkeit Wahrheit und Wirklichkeit von Lüge, Fake News oder Desinformation unterscheiden? Als Leiter einer Bibliothek frage ich mich also, was können Bibliotheken zur Bildung von Öffentlichkeit beitragen? Mit Jürgen Habermas im Gedanken meine ich, Bibliotheken müssen Raum bieten, damit die Menschen über private Belange hinaus resonieren können. Sie müssen also einen Raum bieten, in dem die Menschen eigene Urteile durch Lesen, Reflektion und schließlich durch Diskussion mit anderen bilden können. Der Habermas, der hatte hier noch die Kaffeehäuser und Salons des europäischen 19. Jahrhunderts vor Augen. Möglicherweise die Urtypen des dritten Ortes in Europa, die es damals noch vornehmlich weißen Männern ermöglichten, sich in einer Monarchie von einer literarischen, zunächst noch eher privaten Gesellschaft in eine demokratiefordernde bürgerliche Öffentlichkeit zu wandeln. Aber Moment, zugegeben, ist diese Idee von einer bürgerlichen Öffentlichkeit angesichts unbegrenzter digitaler Sphären im heutigen 21. Jahrhundert nicht etwas old-fashioned? Vielleicht. Aber hat sich denn irgendwo in den unendlichen Weiten des Digitalen dieses Ideal von Öffentlichkeit, also als ein herrschaftsfreier Raum, in dem uns allen der egalitäre Austausch von Argumenten und Perspektiven möglich ist, denn schon verwirklicht? Klar, digitale Öffentlichkeiten lassen sich viel niedrigschwelliger und vernetzter begreifen als jeder Küchen-, Kaffee-, Haus- oder Kneipenstammtisch dieser Welt. Aber sie bilden gerade für unsere gesellschaftliche Mitte allzu oft eine willkommene Sphäre für die gedankenlose, weltentfremdende oder aber auch sehr bewusste Verbreitung von Hassrede, demokratiefeindlicher Hetze und wirklichkeitsfernen Fake News. Die Übernahme von Plattformen wie Twitter durch einzelne Privatpersonen bekräftigen zudem Überlegungen von Menschen wie Habermas, der in diesem Kontext von einer Refeudalisierung der Öffentlichkeit spricht. Nicht wir entscheiden über die Gestaltung unserer gemeinsamen öffentlichen Welt, sondern einzelne Konzerne oder eben gar Privatpersonen. Unsere Öffentlichkeit, so scheint es, sie wird uns vorgegeben. Es bleibt auch fragwürdig, ob sich echte Öffentlichkeiten auf den kommerziellen Social-Media-Plattformen wirkmächtig entfalten können. Alleine schon, weil dort Vernunft, Wahrheit und Wirklichkeit weniger durch den Austausch von neuen Perspektiven und besseren Argumenten bestimmt werden, sondern vielmehr durch die Anzahl von Likes. Wahr und richtig ist bereits, was die meiste Zustimmung verbuchen kann und die meisten Likes erhält, wer am besten affektiv triggert. Und zwar völlig egal, mit welchem Inhalt. Wahr und richtig ist damit zudem, was von Algorithmen getragen wird, welche diese affektive Aufmerksamkeit steuernd aufgreifen und die aber gerade für maximales Engagement auf der Plattform optimiert sind und nicht entlang von Nützlichkeit, Relevanz oder aber eben besseren Argumenten. An die Stelle des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments tritt der zwanghafte Zwang des besseren Posts, wie Norman Marquardt mal bei Deutschlandfunk getitelt hat. Und an diesem Punkt teile ich auch die Sorge von Hartmut Rosa, den, da möchte ich ihn zitieren, die immer rigorosere Trennung der Lebenswelten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und das progressive Auseinanderdriften ihrer kulturellen Praktiken und damit auch ihre Meinungs- und Wissensbestände, Zitat Ende, beunruhigt. Er sieht, und jetzt zitiere ich weiter, und dass die Bewegungspraxis und Informationsräume kaum mehr in Berührung und noch weniger in einen Austausch miteinander kommen. Zitat Ende. Mit Unbehagen denke ich ebenfalls darüber nach, dass offensichtlich immer mehr Menschen sich in einer zunehmend abgetrennten und einzig mit Nachrichten aus Facebook x und co gespeisten Lebenswelt befinden, mit ausschließlich rechtsextremen Informationsräumen, aus denen sie ein geschlossenes, antidemokratisches Weltbild generieren. Und das in der Mitte unserer Gesellschaft. Und dann stelle ich mir die Frage, wie wir dieses Auseinanderdriften verhindern und wo die Orte sind, an denen sich unsere Lebenswelten wieder begegnen und in einen Austausch treten können. Denn es bleibt, angesichts der historischen Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts sowie die globalen Geschehnissen des noch jungen 21. Jahrhunderts, bleibt es für uns alle unverzichtbar, die, ich zitiere, Gegenwart anderer erfahren zu können, die sehen, was wir sehen und hören, was wir hören, wie Hannah Arendt einmal treffend geschrieben hat, denn sie versichert uns der Realität der Welt und unserer selbst. Terror, so war Arendt zu ihren Lebzeiten überzeugt, wenden totalitäre Systeme nicht zum Selbstzweck oder zur bloßen Machterhaltung an, sondern um Menschen gezielt voneinander zu isolieren, damit sie nicht mehr fähig sind, eine andere Realität als die durch totalitäre Propaganda vorgegebene erfahren zu können. Was würde Arendt wohl heute über die Mechanismen kommerzieller Social-Media-Plattformen denken und schreiben? Würde ein neuer totalitärer Staat heute blanken Terror überhaupt noch brauchen? Ich bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass es gerade wegen der schier unendlichen Weiten der digitalen Welten stets auf einer Rückkopplung mit oder vielmehr in den physischen Weltenbedarf, also räumlicher Orte, um sich unserer gemeinsamen Realität versichern und eben auch, um die für eine Demokratie notwendige Öffentlichkeit entfalten zu können. Und hier möchte ich dann wieder zurückkommen zu den Bibliotheken und möchte euch ein paar Überlegungen teilen aus unserer Bibliotheks-Community hier in Berlin. Denn im FÖP fragen wir uns schon eine Weile, ob wir Bibliotheken neben physischen Räumen auch virtuelle Begegnungsorte, also eine digitale Plattform zur Bildung von Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sollen. Angesichts der Dominanz kommerzieller Plattformen und ihrer anhaltenden hohen Beliebtheit scheint diese Frage auf den ersten Blick vielleicht etwas müßig. Ich möchte mir mit Ihnen und euch aber dennoch mal so eine Plattform kurz etwas konkreter vorstellen. Eine Plattform, die Öffentlichkeit für unterschiedliche zivile Initiativen und Clientsgruppen von der Nachbarschaft und Hausgemeinschaft über Lerngruppen bis hin zu BürgerInnen-Initiativen ermöglichen, diese gebührenfrei, auch nicht auf Kosten von persönlichen Daten miteinander verknüpft. Unmittelbar in dem Moment, in dem ein Bibliotheksausweis ausgestellt wurde. Eingerichtet mit Algorithmen, technischen Mechanismen und Designprinzipien, die herrschaftsfreie Diskurse fördern und nicht kommerzielle Interessen von Großkonzernen, wirren Ansichten einzelner Milliardäre sowie Fake News und antidemokratischer Hassrede. Ein Ort, der die physische Öffentlichkeit mit der digitalen verbindet. In diesem Sinne bereitet der FÖP mit der Förderung von der Senatsverwaltung für Kultur aktuell das Projekt Bibliothek als digitaler dritter Ort vor. Dieses Vorhaben positioniert sich an der Schnittstelle zwischen digitaler Kompetenz und digitaler Souveränität. Es erfolgt die Idee, dass Bibliotheken als stadtgesellschaftliche digitale Zentren fugieren können. Bibliotheken genießen, wie vielleicht nur wenig andere öffentliche Institutionen, in der Gesellschaft ein hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Beides Werte, die in der digitalen Welt zunehmend unter Druck stehen. Wir meinen, die Menschen in Berlin verdienen einen zuverlässigen, einen sicheren digitalen Begegnungsort und zwar auf einer sehr konkreten, sehr hyperlokalen Ebene. Statt nun aber den Versuch zu machen, einer Konkurrenz zu kommerziellen Social-Media-Plattformen oder die Angebote und Services unserer Bibliotheken in der physischen Welt einfach nur virtuell zu spiegeln, wollen wir bei unseren Vorhaben an unseren Stärken ansetzen, von denen ich mal eine rausgreife. Vor der Pandemie haben wir an unseren rund 80 Bibliotheksstandorten in dieser Stadt jährlich rund 9 Millionen Besuche verzeichnet. Das sind Menschen, die unsere Medien, unsere Programmarbeit oder unsere Infrastruktur zum Lernen, Lesen, Nachdenken oder zum Begegnen nutzen. Und für diese Menschen wollen wir mit unserem Vorhaben so eine Art Schwungrad entwickeln, bei dem sich der physische Begegnungs-, Wissens- und Lernraum-Bibliothek einerseits und ein neu zu errichtendes Online-Netzwerk andererseits gegenseitig verstärken. Und noch dazu mittels bereits etablierter digitaler Techniken und Tools, die schon Open-Source-basiert existieren und nicht erst noch entwickelt werden müssen. Wie soll das aussehen? Ich versuche mal zwei mögliche Use Cases zu skizzieren, die jedenfalls mir und uns da so vorschweben. Erster Fall, vom Physischen ins Digitale und immer so weiter. Stellt euch vor, es kommen Menschen zu einer Abendlesung und Diskussion mit Fachleuten in die Bibliothek zum Thema Mobilität und Verkehr in der Großstadt. Im Laufe des Abends entwickelt sich eine intensive Diskussion, die aber je beendet wird, weil die Bibliothek schließt. Dabei gäbe es noch großen Diskussionsbedarf unter den TeilnehmerInnen, die sich an dem Abend überhaupt erst kennengelernt haben. Aber die Bibliothek macht es möglich. Eigens zu diesem Zweck wurde vor Beginn der Veranstaltung ein QR-Code an die Wand gehängt, der die Diskutanten unmittelbar und ohne Umwege in einen digitalen Raum leitet, der ausschließlich für sie und ausschließlich für die weitere Diskussion zu exakt dem Abendthema eingerichtet wurde. Und dann, so stelle ich mir vor, in den folgenden Tagen bildet sich ein harter Kern von Menschen in diesem Raum, die von diesem Thema noch immer bewegt werden und es entsteht der Wunsch, sich wieder physisch zu treffen. Und an diesem Punkt nutzen Sie die Möglichkeit eines Terminplanungs- sowie Raumbuchungstools, das Sie in Ihrem digitalen Raum vorfinden, um sich bald wieder in einer Bibliothek zu treffen, in einem eigens für Sie reservierten physischen Raum. Und einige von Ihnen bringen vielleicht noch Leute aus der Nachbarschaft mit und in dieser Gruppe entsteht bald die Frage, wie sich der öffentliche Verkehr in Ihren Kiezen verbessern lässt. Diese Frage nehmen Sie nach Ihrem Treffen mit in Ihren digitalen Raum. Einzige Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Raumes? Ein Bibliotheksausweis. Zweiter Fall. Vom Digitalen ins Physische und immer so weiter. Eine Gruppe von Leuten hat gemeinsam eine Idee entwickelt, Wissen dazu untereinander geteilt, das wirklich gut durchdrungen und dokumentiert. Sie wollen ein Archiv für 3D-Druckvorlagen entwickeln. Nun wollen Sie diese Idee mit anderen Leuten teilen, in der Hoffnung, dass sich weitere Anhänger in Ihrer Idee finden und in der Hoffnung, dass Sie anderen mit dieser Idee helfen können. Dazu nutzen Sie die digitale Plattform des Föp, in der Ihnen ein Cloud-Speicher für dieses Archivgebühren frei zur Verfügung gestellt wird. und es zudem in Ihrem Katalog verschlagwortet, selbstverständlich, wir sind in der Bibliothek, wir machen das, mit anderen Titeln aus den Medienbeständen zum Thema vernetzt, nachweist und anderen vollumfänglich und frei zugänglich zur Verfügung stellt. Andere Menschen haben durch die Föp-Plattform aber nicht nur vollen Zugang zu diesem Archiv und können dort eigene Druckvorlagen ablegen, sondern auch die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit der ideengebenden Gruppe. Mit der Etablierung dieser Datenbank für 3D-Druckvorlagen hat die Bibliothek zu diesem Zweck aber auch wieder automatisch einen digitalen Raum eingerichtet, ausschließlich zum Austausch über 3D-Druckvorlagen direkt mit den Ideengeberinnen und weiteren Interessierten. Einzige Voraussetzung, diesen Raum beitreten zu können? Ein Bibliotheksausweis. Bald bildet sich in diesem Raum ein harter Kern an Interessierten und es entsteht der Wunsch, sich nochmal physisch zu treffen, um diese Idee gemeinsam weiterzuentwickeln. Dazu nutzen Sie das Terminplanungs-Raumbuchungstool Ihres digitalen Raumes. Kurze Zeit später trifft sich eine kleine Gruppe von Leuten in einem eigens reservierten Makerspace in ihrer Kids-Bibliothek. Einige bringen Freunde mit, die sich über einen QR-Code an der Wand dieser jungen Community im digitalen Raum anschließen. Einige Zeit später gründet diese Gruppe mit Unterstützung des FÖB ein Repair-Café-Format, das auf Grundlage des stetig wachsenden Archivs in mehreren Bezirksbibliotheken regelmäßig angeboten wird. Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk in der Stadt, das sich überall ausspannt. Und damit komme ich zum Schluss. Wie gesagt, bei diesem Vorhaben, wir sind wirklich noch ganz am Anfang und wissen echt noch nicht so genau, wo das uns hinführen wird. Und ob wir auch dazu beitragen, dieses Auseinanderdriften unserer gemeinsamen und doch so verschiedenen Lebenswelten zu stoppen. Aber wir sind sehr bereit, für ein solches Prototyping und Ressourcen aufzuwenden, um es herauszufinden. Denn es stimmt, Habermas Ideal eines herrschaftsfreien Raumes zum Austausch von Argumenten, das hat es noch nie in Wirklichkeit gegeben. Und wir Bibliotheken alleine, wir können so eine derart anspruchsvolle Vorstellung von Öffentlichkeit nicht nachhaltig herstellen. Öffentlichkeit zu stärken, bleibt somit nicht nur ein Gemeinschaftsprojekt von uns allen, sondern immer auch ein Wagnis. Und nun lautet meine abschließende Frage, wie könnte ein solch phyperlokales Schwungrat zwischen der digitalen und physischen Welt unsere Stadtgesellschaft in Berlin noch weiterbringen? Vielen Dank für den letzten Rest an Aufmerksamkeit. Dankeschön. Komm gleich mit, jetzt setzen wir uns hier gemeinsam hin. Vielleicht magst du hier kommen und dann, and you can maybe come next to me so I can translate a little bit if it's needed. Okay, ja, vielen Dank euch für diese super spannenden, sehr, sehr heterogenen, komplexen und tiefen Inputs. Ich habe so ein paar Wörter aufgeschrieben, die in allen Vorträgen irgendwie eine wichtige Rolle gespielt haben und habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen verbindend sein kann und auch einfach eine Lebensthema-Frage von mir ist. Und dann geht es zu euch und euren Fragen. Genau, dann haben wir noch ungefähr eine Viertelstunde insgesamt jetzt. Genau, und zwar das, worum es ja heute geht, ist die Frage von Raum, also like Space und Resonanz in Räumen, Diskussionen, die Relevanz davon auch von diesen Räumen, die Sicherheit, die Bedrohlichkeit und auch die Möglichkeit zu manipulieren. Und in deinem Vortrag war auch sehr wichtig, so Impact und Change, also welche Rolle kann das haben? Und eins meiner Jobs ist, dass ich Facilitation mache und das ist ein ganz, also ich bin Facilitator und das gibt es irgendwie nicht so richtig gut auf Deutsch oder falls ihr das richtige Wort kennt, sagt es mir bitte. Aber die Frage von, wie Raum gehalten werden kann und begleitet werden kann. Ist auch nicht Deutsch. Concierge, ist es nicht so Empfangsperson? Ja. Das ist aber auch nicht Deutsch, ist so Französisch oder so, ne? Ja, ich mag Facilitation, aber ich finde, es ist ein bisschen sperrig, wenn man es nicht kennt, aber Moderation vielleicht auf eine Art, oder Host, so eine Person, die den Raum begleitet. Und eins meiner Fragen, da bezieht sich auf Macht und Geld. Das hat sich ja in deinem Gaming-Input total ausgezeichnet, dass sozusagen die Frage, also sehr viele Plattformen überhaupt nicht moderiert sind. Und die Frage ist ja auch, wo kommen die Ressourcen dafür her oder wer hat ein Interesse daran? Und genau, ich komme sehr stark auch aus sozialen Bewegungen, habe lange zu Lobbyismus gearbeitet und Interessen, wo eben einfach viel mehr Geld hinter steht, Kapitalinteressen oder möglicherweise auch vielleicht rechte Gruppen, die dann andere Budgets haben, haben auch eine andere Möglichkeit der Einflussnahme und wie so Social Change oder auch Räume, die du schaffen willst, auch in diesen Bibliotheken. Also ich finde, das ist eine total super Idee, aber die Frage ist, wenn dann wieder zusammengekommen wird oder auch selbst im Digitalen, gibt es auch ein Budget für eine Art von Moderation oder werden da alle aufeinander losgelassen? Also genau, das ist eigentlich für euch alle so ein bisschen meine Frage, wie ist in euren Arbeitskontexten die Rolle von Facilitation in diesen Feldern? Vielleicht könnt ihr dazu kurz was sagen und wenn ihr möchtet, auch total gerne aufeinander Bezug nehmen, wenn euch da Verbindungen kommen. Soll ich einfach mal starten? Gerne. Genau, ich habe ja so ein bisschen was eben schon dargestellt, dass eben ein Problem von den ganz vielen Gaming-Plattformen diese fehlende Moderation ist. Das trifft glücklicherweise nicht auf alle Gaming-Räume zu. Also Steam ist jetzt so der absolut negativste Ort, wo ganz viel einfach stehen gelassen wird. Es gibt aber beispielsweise auch ganz viele Twitch-StreamerInnen, die sich dann auch selbst um Moderation kümmern und auch ganz viele ehrenamtliche Leute einstellen, die dann in ihren Communities moderieren. Und da gibt es halt StreamerInnen, die da ganz viel Wert drauf legen, auch diese Safe Spaces zu schaffen, wo dann eben auch Diskriminierung gemeldet, gebannt, idealerweise aus dem Chat verbannt wird. Und es gibt eben Twitch-StreamerInnen, die legen da nicht viel Wert drauf. Und da bleibt dann eben auch ganz viel stehen. Und da können sich dann eben gewisse marginalisierte Gruppen in solchen Streams auch nicht wohlfühlen, weil sie da halt eben angegriffen werden. Und deswegen appelliere ich auch immer an Menschen, die irgendwie in diesen Räumen partizipieren, die irgendwie als Content-Schaffner aktiv sind, denkt das mit, denkt Moderation mit. Sei es jetzt als Twitch-Streamerin, dass man wirklich sagt, okay, ich muss mich darum kümmern, dass es Guidelines in meinem eigenen Twitch-Stream gibt. Ich muss mich darum kümmern, dass wenn die Plattform es nicht macht, dass ich es selber mache, dass ich es selber in diesem Safe Space schaffe. Und gleichzeitig appelliere ich auch ganz viel immer an Plattformen, wenn ich auch mal mit denen im Austausch bin, dass die da mehr Geld reinstecken müssen, weil das Geld haben diese Plattformen. Das ist häufig auch ein fehlender Wille und auch immer, oder nicht immer, aber häufig auch so ein bisschen diese Vorstellung von, ach, das muss man ja sagen dürfen. Das ist ja freie Meinungsäußerung. Weil ganz viele Hassrede, die wir da auch sehen, ist nicht strafrechtlich relevant, sondern das sind Äußerungen, die trotzdem rassistisch oder antisemitisch sind, die aber nicht unbedingt strafbar sind. Und die bleiben dann halt häufig auch von der Plattform eben stehen. Und auch da appelliere ich an genau diese EntscheiderInnen, kümmert euch auch darum, dass Menschen sich wohlfühlen können. Also long story short, Geld für Moderation, Bereitschaft für Moderation sollte man im Gaming aufbringen. Und wenn es die Plattformen nicht tun, appelliere ich so ein bisschen an die UserInnen selbst, sowas auch zu melden, weil auch ganz viele GamerInnen sagen immer so ein bisschen, ach, das ist ja alles gar nicht so wichtig, das ist ja nur ein Spiel, das ist ja nur die digitale Welt. Nein, auch da sollte man auf diese Dinge reagieren und die wahrnehmen und auch nicht einfach verstehen wirst. Danke. So I'm just checking, I have the question right. Yeah. What's the role of facilitation in the work that we're doing right now? Yeah, basically. Always good to check that I'm not talking about the wrong thing. So, yeah, we have two ways in which we're thinking about facilitation. So one is the experience of the people coming into the spaces that we create. For us, we always have people working in the space that are there to talk to someone. And we think that's really important because unlike a traditional exhibition where people might come in and it's all self-reflection and quiet, we're really interested in getting a discussion going. which sometimes takes the visitor by surprise. Sometimes it takes a little time for them to realize that this is a space for a discussion as well as learning. And that's something that we also have to train the people who work there how to start a conversation with people. And so very often, we're training local communities that run the projects to make sure they feel comfortable as well engaging in dialogue with people coming. The second way we're working on facilitation is that we see ourselves as facilitators as well of other people's processes because of the work that I showed where we're replicating this like 500 times all over the world. You know, we see ourselves as facilitators of local libraries, cultural institutions, festivals, schools, and so on to help them go through their own process. so we're kind of playing this in the space and also with our partners. Okay, cool. Interesting. Thank you. I might as well. Yes, Sam? Yeah, gerne. Also, as we über dieses Projekt Digitale Dritte Orte nachgedacht haben und über die Idee lass uns doch eine eigene heile Welt einer sozialen Plattform starten, war das natürlich sofort die erste Frage so, okay, und wenn da richtig, wenn sozusagen da die Scheiße richtig dampft, was macht ihr dann? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich, also ich persönlich habe vor ein paar Jahren auch aktivistisch mich Hassrede auf sozialen Plattformen ausgesetzt und mich mit diesem Phänomen befasst und sozusagen den Versuch gestartet mit so ein paar anderen Leute, unter anderem mit einer Kollegin von mir da Gegenrede zu machen. Also dieses Phänomen ist mir sehr vertraut und deswegen habe ich mir die Frage selber auch gestellt. Und bei dem, wie ich das vorhin versucht habe zu beschreiben, ist es erstmal so, wir wollen natürlich das Projekt immer so denken, dass im digitalen Community Management betrieben wird. Und dieses Schwungrad geht dabei immer vom Digitalen ins Physische. Und noch auf dem Fühl, sozusagen in den Bibliotheksraum, ich habe vorhin sozusagen das Beispiel einer Veranstaltung genommen, da ist natürlich auch jemand, der sozusagen moderierend eingreift. Das sind sozusagen die zwei Dinge, die wir da schon mitdenken. Und das Zweite ist, wir wollen ja eben nicht so eine ins unendlich skalierte digitale Geschichte machen, sondern wir wollen es wirklich klein und hyperlokal halten. Und das sind sozusagen digitale Räume, in denen sich die Menschen zunächst auch schon irgendwann mal physisch begegnet haben oder sich physisch begegnen werden. Und ich glaube, dass dann sozusagen Hassrede etwas ist, was nicht so schnell entstehen kann. Das wäre zu beweisen mit dem, was wir uns da überlegen. Kann ich was nachfragen? Weil ich fand das nämlich auch sehr spannend, als du das eben erzählt hast. Und ich habe mir gedacht, wie stellt ihr sicher, dass so ein Raum nicht nur mal von Leuten irgendwie genutzt wird, die vielleicht gar nicht bei dieser Veranstaltung waren? Blöd gesagt, dass dieser QR-Code in Kreisen kursiert, in denen er nicht kursieren soll. Und auf einmal hast du da anstatt dann irgendwie den 15, 20 interessierten Leuten, die eigentlich da diskutieren sollen, wie vielleicht nochmal 25 andere Leute, die da irgendwie sich bei dem Thema positionieren und Hass verbreiten. Also die Gefahr gibt es ja auch. Oder wie habt ihr da euch Gedanken zu gemacht? Wie gesagt, wir sind ja noch ganz am Anfang. Und wie ich das auch am Ende meines Talks gesagt habe, Öffentlichkeit zu schaffen ist immer ein Wagnis. Es wird nicht, es wird dieses Risiko niemals ausschließen. können, dass da jemand reingeht und irgendwie versucht, das Ganze komplett auseinanderzutreiben. Das wird man auch nicht mit, egal wie viele Community-Manager man auf der Digitalseite hat, noch mit sozusagen einen absolut Safe-Space-Veranstaltungen, wird man das nicht in letzter Instanz verhindern können. so. Aber das ist halt eine Erfahrung, die müssen wir dann an der Stelle noch sammeln. Ich kann da jetzt so direkt keine Antwort drauf finden. Aber ich vermute, also meine Annahme wäre, dass wir eine Umgebung schaffen, wo das einfach nicht so schnell passiert, wie wenn sich das im rein digitalen Raum, in diesen unendlichen Weiten, sowas entwickelt. Und ich glaube, bis Sie. Vielleicht kommt hinzu, der Bibliotheksausweis macht es natürlich schwierig, weil man am Ende kann man nachverfolgt werden, wer man ist. Also man muss ja einen Ausweis haben, um diesen QR-Code scannen zu können. Genau, mein Appell war nur so ein bisschen, ich glaube, es macht immer Sinn, sich auch über solche Worst-Case-Szenarien einfach vom Vorfeld Gedanken zu machen und nicht erst, wenn dann die Kacke am Dampfen ist, sondern im Vorfeld, weil das mussten wir halt auch als Stiftung in den letzten Jahren lernen, dass es Sinn macht, da präventiv sich ein paar Gedanken zuzumachen und irgendwie Notfallplan aufzustellen. Heiz, sowas mal passiert. Vielleicht müssen wir uns mal treppen und über unser Projekt schnacken. Ja, aus so einer physischen Facilitation-Rolle ist auch eine der Schulen, in der ich gelernt habe, eben auch zu gucken, was so dahinter steckt. Also was ist das Bedürfnis von Menschen, wenn jetzt irgendwas hochkommt oder Leute sprengen oder so, dass irgendwie ganz viel Raum nehmen oder möglicherweise auch Hass oder sonst was kommt, wäre so meine Rolle als Facilitator in einem physischen Raum. Also erst mal zu gucken, was da passiert, zu gucken, ob das in der Form so erlaubt werden kann im Sinne von, geht dieser Raum oder was braucht die Person eigentlich gerade, aber dann eben auch so, was steckt dahinter. Und da finde ich selbst den digitalen Raum total schwierig, weil ich das Gefühl habe, entgleitet halt voll. Da sind einfach nicht Leute daneben und wir erleben einfach auch die krasse Disregulation von Menschen, die einfach explodieren und diese Gewalt einfach noch mit eigenen Traumata und eigenen Gewalterfahrungen zusammenhängt, die nicht aufgefangen werden. Also so eine große psychologische Krise sehe ich irgendwie in diesen Tendenzen und die Frage, wie das gehalten werden kann, weil ich glaube, so Shaming und die sind alle doof und die Leute, die keinen Bibliotheksausweis haben, sind eh auch irgendwie Unmenschen oder so. Das bringt uns irgendwie überhaupt nicht weiter, glaube ich. Und genau, da wäre, fände ich total spannend, wie der digitale Raum Leute vielleicht auch emotional abholen kann, aber vielleicht drehen wir jetzt nochmal eine Schleife auch mit Ihnen und genau, wenn ihr Ideen dazu habt, antwortet auch gerne da drauf, aber ich würde total gerne jetzt anfangen zu öffnen, weil ihr ja viel Zeit hattet, euch zwischendurch Gedanken zu machen und zu malen und wir haben nur noch ein paar Minuten, zwei, aber vielleicht nehmen wir uns auch fünf. Ja, wenn es Wortmeldungen jetzt gibt an die Panelisten, dann könnt ihr euch gerne beteiligen, wenn ihr irgendetwas beitragen wollt oder eine Frage habt oder was teilen wollt zu diesem Thema, gerne. Ansonsten könnt ihr auch was zur psychologischen Krise der Menschheit im Internet fragen. Da gibt es irgendwelche Beiträge aus dem Publikum. Hallo. Ja, mein Name ist, ich würde gerne die Frage stellen, nochmal was Facilitation angeht. Wir leben tatsächlich auch in einer sehr herausfordernden Zeit, was Dialogräume angeht, also wie, vielleicht könnt ihr irgendwie auch nochmal eure Erfahrungen teilen, besonders auch, also einige von euch habt ja auch so die Rolle, also eher so häufig in der Öffentlichkeit zu stehen, also wie könnte man eben, also was gibt es da auch für Strategien, eben halt Dialogräume zu schaffen, auch für tough conversations irgendwie stattfinden zu können und gleichzeitig natürlich, es gibt ja kein absoluter safer Space, aber mindestens so ein braver Space zu halten, also wo wirklich alle, die dann anwesend sind, das Gefühl haben, sie können den Raum nehmen, auch das, genau das auszudrucken, was sie ausdrucken wollen. Genau, vielleicht habt ihr irgendwie Erfahrungen damit und wie ihr solche Räume gestaltet wurde. Soll ich kurz übersetzen, ich will translate a little bit. was, wenn ihr eine direkte Frage, denn es ist ein paar Minuten. Ja, so es war also basically around facilitation und wie es kann be moderatet und was das kurz auf Engelsang? Ja. Ja, maybe just to summe es up, wie would du hold a braver space und do you have any strategies for that in braver space in terms of the people participating they have the courage as well to have tough conversations and to also hold the space when we are in disagreement. You again? I'll just start since we were in English. So I just wanted to say that we try to accompany all our events with a lot of workshops and I think this smaller group work is really important for this and at the same time because we have this I showed you in the presentation we call it data detox bar so we have people working there there's a lot of one-on-one and one-on-two or three conversations happening and actually we're amazed how much trust there is from people coming into the space that because they don't normally have anywhere to ask their questions especially not an independent space they're not for example when we did the exhibition in London that we did everybody said to us people in England I'm English don't care about privacy and we had 20,000 people through the door in three weeks and everyone wanted to talk about it we had very few people maybe only 20-30 percent of people come in and just leave without talking to someone so I think that tells what we have experience with 30 40 people organized maybe over several days is that an awareness team really gold wert is for the part to know there is a place where I can help me informe about things that are on the discussion that can from awareness team and not the person itself that is really important that we as Stiftung or as Projekt gemerkt that so awareness teams gerade for längere veranstaltungen really notwendig sind and sonst bei kleineren Räumen haben wir auch einfach eine Schutz Policy aufgebaut that we Guidelines have where man through geführt werden that it a Schutz room where things said were talked talked and that was in the room said in the room that das auch einfach die Grundregel der Diskussion festgelegt werden und am Anfang von allen bestätigt werden weil das ist extrem wichtig um genau auch diese Atmosphäre zu schaffen wo sich Leute auch wohlfühlen können über ihre Erfahrungen über Diskriminierungserfahrungen über Betroffenheit mit Rassismus Sexismus zu sprechen ist wichtig dass es dann eben diesen geschlossenen Raum gibt und diese Sicherheit muss man den Leuten geben, indem man das, ganz blöd gesagt, am Anfang ganz stark betont und diese Regel festlegt. Und gilt das aber auch für digitale Räume? Das gilt auch für digitale Räume, das habe ich ja irgendwie ein bisschen versucht mit Discord und Twitch darzustellen. Da halte ich es dann total für wertvoll, dass man zum Beispiel bei Discord haben, dass ganz viele Content schafft, dass man am Anfang auch gewissen Guidelines zustimmen muss. Erst dann kann man in Räumen partizipieren. Das heißt, man kann sich relativ sicher sein, dass die Leute zumindest sich die Eckpfeiler durchgelesen haben, weil in den Eckpfeilern steht dann, du musst jetzt mit einem Herz-Emoji reagieren, um erst in diesen Raum zu kommen. Das heißt, man hat nicht dieses klassische, ich scroll mal runter und akzeptiere alles und dann mache ich mit, sondern man muss sich auch wirklich mit den Regeln auseinandersetzen. Und das macht schon ein bisschen was aus. Das führt schon dazu, dass sowas mehr verinnerlicht wird. Das habe ich jetzt noch nicht für Workshops genutzt, aber habe es halt eben bei Content-Schaffenden gesehen, dass diese Form von präventiven Guidelines auf jeden Fall auch helfen können. Ich würde auch gerne noch zwei Gedanken ergänzen. Der eine ist wieder etwas allgemeiner. Ich glaube, dass Öffentlichkeit und ein geschützter Raum zuweilen auch ein extremer Gegensatz sein können. Wenn es in der Öffentlichkeit gerade darum geht, dass wir unsere verschiedenen Lebenswelten zusammenbringen wollen, dann kann es auch sein, dass man Dinge hört, die man nicht hören will. Deswegen, das ist sozusagen der eine Gedanke bei deiner Bemerkung, die ich habe. Und der andere ist, dass mir dazu einfällt, dass wir in den Bibliotheken längst den Zeitgeist spüren und im physischen Raum bei Veranstaltungen auch entsprechend Vorkehrungen treffen müssen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wenn wir Veranstaltungen machen zu Themen, wo wir davon ausgehen, oh, das könnte kontrovers werden, dann haben wir auch so ein gewisses Playbook, was wir mittlerweile runterspielen. Wir überlegen, könnte das so eskalieren, dass wir tatsächlich auch über so Maßnahmen nachdenken müssen, wie wir engagieren vorher sogar einen bestimmten Schutzdienstleister. Wir regeln in jedem Fall bei den Kolleginnen, die sich sozusagen bei der Umsetzung beteiligen, im Vorfeld immer, okay, wenn jemand ein Störer auftritt, dann bist du derjenige, der setzt die Hausordnung durch. Du bist derjenige, der die Polizei ruft. Du bist diejenige, die sozusagen, wie die Gesamtlage ist, also wir verteilen vorher klar Rollen. Das sind alles so Learnings, die wir in der letzten Zeit machen mussten, weil das durchaus in der Vergangenheit immer häufiger vorkommt. Und zwar nicht nur in dieser Stadt, sondern in der Bundesrepublik. Gibt es weitere Fragen? Eine letzte können wir noch. Dann würde ich eine letzte stellen, vielleicht auch ein bisschen an dich. Und so, also für mich gibt es so ein großes Spannungsfeld zwischen so Selbstverantwortung und so quasi so ein sehr disregulierter Raum und irgendwie auch eine staatliche Handlungsmöglichkeit, irgendwie für braver Spaces zu sorgen, weil das muss Öffentlichkeit ja irgendwie sein. Also das ist nicht der totale Schutz, aber eben auch keine totale Gewalt. Also sozusagen, wie können da Regulationsmechanismen gefunden werden und wie kann eben vielleicht tatsächlich auch mit medizinischer, psychologischer Hilfe oder so, also eine Professionalisierung von einer regulierteren Öffentlichkeit stattfinden, weil allein mit Polizei und so Sicherheitsmaßnahmen zu regulieren, vielleicht ja auch nicht der Weg ist, den es braucht. Spannende Frage. Ja. Also ich denke jetzt laut, ich bin mir nicht sicher, ob wir Bibliotheksmenschen es uns zumuten können, sozusagen eine psychologische Rolle einnehmen zu können. Da fehlen uns, glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, die Kompetenz für, die wir uns aber vielleicht dann reinholen müssten, also das wäre ja eine Möglichkeit. Und sonst machen wir das tatsächlich wirklich über, wie du sagtest, Regularien. Wir regeln dann auch in der Hausordnung, was hier erwünscht ist und was nicht, dass sozusagen diskriminierende Dinge bei uns nicht erlaubt sind und so. Und dass es das, die Handhabe gibt, um im Zweifel so Situationen nicht nur in Veranstaltungen, sondern auch im Daily Business aufzulösen, wenn da Dinge geschehen. Aber ich sehe uns jetzt gerade nicht in der Rolle, dass wir dann anfangen mit Leuten, die irgendwie traumatisiert sind, entsprechende Arbeit zu machen. Ich kann ja nochmal ganz kurz so ein bisschen den Gaming-Blick darlegen oder von Gaming-Plattformen. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, ganz viele Videospielerinnen wissen halt auch gar nicht, wie man solche Sachen meldet oder wissen auch gar nicht, wie man da irgendwie Druck erzeugen kann. Und deswegen in unseren Workshops ist immer ein ganz großer Teil auch, wie kann man gegen diesen Hass vorgehen. Und eine Möglichkeit ist halt auch ganz simpel gesagt, das Melden, was wahnsinnig viel bringen kann, weil gerade auch Sicherheitsbehörden mir in der Vergangenheit gespiegelt haben, hey, bei uns gibt es kaum Meldungen im Bereich wie Hass im Gaming. Bei uns kommt kaum was an. Und wenn bei uns kaum was ankommt, können wir auch nicht quasi den Druck erzeugen, dass wir da eben Kapazitäten reinstecken müssen. Und seit ich das gehört habe, versuche ich bei Gamerinnen immer eben den Blick darauf zu schärfen, hey, wenn ihr hier eindeutige Menschenfeindlichkeit seht, dann meldet das. Dann geht dagegen vor, es gibt Seiten wie respect.de, wo man auch anonym solche Sachen melden kann. Das macht wahnsinnig viel aus. Das heißt, das ist irgendwie so das, was ich auch immer Leuten mitgebe. Also, wenn es die Regularien nicht gibt, was ja an einigen Stellen auch irgendwie noch in den Kinderschuhen steckt oder auch bei einigen Leuten auch noch nicht so verankert ist, dass es diese Systeme brauchen muss, dann müsst ihr auch mit dafür sorgen. Und es ist traurig, dass das die Zivilgesellschaft muss. Aber wir Zivilgesellschaft müssen dann den Druck erhöhen, indem wir solche Dinge dann halt auch irgendwie mehr sichtbar machen, mehr antreiben und nicht halt einfach diesen Hass stehen lassen. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage, über research und artistic practices around this, weil wirklich in terms of power relations, you can set the focus, what kind of projects you're doing. Und diese Safer Spaces oder Braver Spaces, ist es also ein big focus in your work? How do you see, maybe as your organisation, a way to support the possibility for a knowledge production and a curiosity and exchange and learning that is really growth-oriented and not necessarily wanting to cut and silence people? Yeah, I think that when it gets, it depends, like more specifically, it's easier. So, for example, the work we're doing with young people, this is very much part of the discussion of even this co-development process we did. Like, how do you get young people talking about technology since they think they know all the answers in a way that works for them? And this is partly has to be a safe space, but it also has to be relevant and also immediate for them. But it also has to be respectful of the way in which they want to discuss technology, not the way that adults want to discuss it. So we definitely have to do that. And one thing we're trying to do now is think also on the other end of the scale, how do you work with over 65s on things like digital literacy and media literacy, which again, the language has to change very much. You know, you can't patronise them. They're very wise in many ways. And I think the fact that the technology has moved way beyond them isn't a reason to speak down to them. And I think this is something not very well done right now, or it's very hard to do. And one thing we're trying to do right now is even bridge this connection and make a multi-generational experience where you can have young people talking to older people and vice versa, learning about each other's universe in order to try and understand each other better. And it's a very difficult thing to do, but we think it's very important to have a cross-generational perspective on technology. How do we help young people understand why older people talk about it the way they do and vice versa? How do we help older people understand, for example, their grandchildren and not in this very protectionist way, but in a way that supports them, which is very difficult? So yeah, it's critical for the question. That's a beautiful ending. Thank you very much. Thanks to all of you. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben heute. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier diesen formellen Teil der Veranstaltung und ich wünsche Ihnen ein schönes Rausfinden nach Hause, zurück aufs Handy, zurück in die digitalen Räume, in denen Sie gerne unterwegs sind und analog einen wunderbaren Heimweg. Vielen Dank. Vielen Dank.